Eine deutsche Dichterlesung, selbst ein Kritiker-Vortrag, zeichnet sich ja anders als eine Ballettaufführung, die Operinszenierung, eine komische Darbietung durch eine mögliche Interaktion mit dem Publikum aus, was eine wahnsinnig geschmollene Art und Weise ist, zu sagen, würden Sie noch eine Frage haben, dann dürfen Sie nicht jetzt was fragen. Gäbe es denn dann noch etwas? Ich bringe noch ein anderes Mikrofon. Ich bringe auch gerne das Mikrofon. Ah, okay, gut. Aber andersherum, es kommt auch nur so ein Arsch. Wir sind alle sprachlos. Ach Quatsch, das glaube ich nicht. Wenn wir Trüffel-Explosionen machen, preislich, ist es beides, ne? Das ist ja in Engeltal übrigens auch ein Hund, der Trüffel findet. Ja, das Problem ist, vielen tun viele Hunde mit Trüffel, ihnen beizubringen, sie nicht zu fressen, ist das Problem. Das ist aber bei Hunden zumindest noch einfacher als bei Schweinen, weil die fressen sie eben besonders gern. Aber ich war schon ziemlich fasziniert von der Erkenntnis, dass es eben auch in Deutschland Trüffel gibt. Wenn Sie historische Kopfbücher lesen aus dem 19. Jahrhundert, dann empfinden sich in Deutschland wahnsinnig viele Rezepte mit Trüffel, ohne dass die jemals erwähnen, dass man die aus Frankreich oder Italien zu beziehen hat. Und so kam eben der Gemähe auch drauf und sagt, im Moment, wenn wir mit solcher Selbstverständlichkeit Trüffel-Rezepte hatten, dann müssten die ja wohl ein bisschen auch eigene Trüffel gehabt haben. Und es würde mich auch gar nicht wundern, wenn er auch in Frankentrüffel wächst. Tut es tatsächlich, ja. Naja, ich sage ja, ich habe Hunden, die hat ihren Hund darauf ausgewählt. Ach so, die geht aber nicht nach Alba mit dem, sondern die mit Bokal. Immer bei uns in Engeltal, oben am Berg und durch den Wald und da findet ihr Hund Trüffel. Ich konnte leider die Unterschiede der Rumen nicht beschreiben, weil ich habe keinen anderen, die Sie vergessen, ich kenne ihn im Fränkischen. Nee, also, um so zuerst, das ist wirklich was Feines, ja. Haben Sie ein eigenes Lokal? Ein eigenes, um Gottes Willen. Also, wie gesagt, meine Großmutter hat mich von solchen Ambitionen absolut geheilt, weil es schon meine Großmutter hat nach ihren Erfahrungen in der Gastronomie der 20er Jahre wohlweislich gesagt, oh, ein eigenes Restaurant mache ich nicht, ja, sondern zu meinen doch etwas konsternierenden Erfahrungen zählte. Meine Großmutter hat lediglich dreieinhalb Jahre lang für Theodor Reus gekocht. Der hing aber sehr an ihr und wollte, dass sie mit nach Bonn kommt. Das hat sie aber abgelehnt, weil meine Großmutter war eine der ganz wenigen Frauen in der Bundesrepublik Deutschland, die die Frau von Theodor Reus, Eddie Reus-Knapp, die Gründerin des Muttergenesums, die ja wie eine Heilige verehrt wurde. Also, die starten unter der 50er Jahre, die da hinten ein Begräbnis, also das war Queen Elizabeth nichts dagegen, ja. Jedenfalls, meine Großmutter hingegen fand, das sei der Teufel in Menschengestalt gewesen. Das liegt darin, dass ihre engste Freundin war ein Dienstmädchen von Eddie Reus-Knapp und soweit habe ich das recherchiert, dieses Dienstmädchen hat sich Ende der 40er Jahre tatsächlich im Haus von Theodor und Eddie Reus-Knapp erhängt. Und meine Großmutter hat immer behauptet, das hat ihn nur gemacht, weil die Eddie Reus-Knapp die so gemobbt hat. Gequält bis aufs Blut. Das glaube ich nicht. Ich glaube, da stand wahrscheinlich noch ein Liebeskummer oder sonst was dahinter. Die hätte damals auch eine andere Anstellung gefunden. Aber irgendwann werde ich da aber vielleicht noch was schreiben. Mal gucken. Aber die hatten lustige Antikoden. Da sehe ich zum Beispiel, dass dann der spätere Bundespräsident mit einem Leichenwagen ein von ihr über ihre alten Gastro-Beziehungen organisiertes Schwein in einem Sarg aus dem französischen Sektor in den amerikanischen transportiert hat, weil auch meine Großmutter war nur Köchin, keine Magierding. Das heißt, die konnte nur kochen, dass er zutage da war. Und 1945, 1946, 1947 war eben schmaler als Küchenmeister. Und da galt es dann gelegentlich, küchentechnisch zu improvisieren. Und Herr Reus hat sich das nicht nehmen lassen. Ja, also Kohldampf wirkt da manchmal wirklich wundern. Wenn Sie noch was zu dem Onsen-Ei sagen, warum ist das jetzt so gerade in der Gastro-Szene so? Naja, das hängt eben daran, weil das Ei ist natürlich, denken Sie nur an Salvador Dali, ist erstens mal eine perfekte Form. Eier spielen in unserer kulinarischen Sozialisation eine realisende Rolle. Aber es gibt natürlich kein von Natur aus besser verpacktes Lebensmittel als das Ei. Und wenn Sie jetzt innerhalb einer Eierschale nochmal sozusagen Großküche inszenieren können, und das klingt so simpel, aber probieren Sie das mal mit diesem Onsen-Eigell-Schmand mit Semmelbröseln, oder also diese japanische Semmelbrösel, die ein bisschen größer sind, mit Butter angeröstet, und diese Mittlererröhrchen, dann hat das einfach einen Crunch. Ich wurde gemeint, das ist eben eine Verlängerung eines jeden Geschmacks, den Sie verlängern wollen. Das ist relativ, also die Franzosen kennen ja da nichts, die legen dann auch gerne noch eine schöne Gänseleber oben auf, was mich immer an einen Dunei-Book-Comic erinnert. Fress Schokofett, wer wird mitliegen, wirkt der Dicken. Also Gänseleber muss ich jetzt nicht unbedingt noch durch weitere Proteine verlängern, aber einen weißen Trüffel, darüber lasse ich mit mir reden, oder einen schwarzen Trüffel, das kann ja auch, wie gesagt, ein ganz sensationelles Morgen, wir haben ein sehr gutes Morgen, ja, ich bin ein großer Fan von Morgen gerade zum Spargel oder sowas, aber damit können Sie experimentieren, aber ich glaube, dass Köche einfach fasziniert sind, weil diese Form sehr schön ist, und ich habe lustige Eier, ich habe aus den 20er Jahren, die dann auch mal endlich zum Einsatz kommen, und es macht einfach Spaß, so ein verblüffendes Lebensmittel zu kreieren. Man darf es nicht unterschätzen, diese Spielfreude für Köchen und Köchen. Die haben, glaube ich, einfach Vergnügen an dieser Eifung. Versichten Sie auf Lebensmittel, weil Ihnen da die Nachhaltigkeit wichtiger ist, weil Sie ja selbst von sehr vielen exklusiven Lebensmitteln, es hört sich alles sehr fein an. Unterschätzen Sie nicht diesen Blenderkochen. Also gibt es Lebensmittel, die Sie ablehnen, weil Sie sagen, die nehme ich nicht, weil... Ach, ganz viel, also es ist zum Beispiel, glaube ich, lustmöglich, sich an einer deutschen Autobahn-Ausstätte zu ernähren. Also, ich sage immer so gerne, wenn ich vergleiche, was ich mit der Spiegel-Bestseller-Liste in meinen Literatur-Sendoren mache, also mit dem Top-Ten, stellen Sie sich mal vor, ich würde Sie einladen, die zehn meistverkauften Mahlzeiten Deutschlands zu essen. Schon wenn ich das ausspreche, schießen doch Säuren an Ihren Magenwänden hoch, weil Sie ahnen, dass das ein vollkommen ungenießbarer Autobahn-Ausstätte-Mann ist. Und in der Literatur ist es selbe. Also, es gibt diesen wunderbaren amerikanischen Food-Journalisten Michael Pollan, der hat als Devise ausgegeben, essen Sie nichts, was Ihre Großmutter nicht gegessen hätte. Da rennt er bei mir natürlich offene Türen ein, aber meine Großmutter hat natürlich am liebsten Kaviar, Gänse, Leber und so weiter als Prüfe gegessen. Die war vom Fach und die war zwar schwäbig, aber geizig, wenn es ums Essen und Trinken ging, war die überhaupt nicht. Die trank auch am liebsten Champagner morgens, mittags und abends, ja, und ist damit sehr alt geworden. Also, es gibt ganz, ganz viele Lebensmittel, die ich ablehne. Aber das Nicht-Lebensmittel, ich finde, Gänseleber ist eine wunderbare Sache. Aber jeder, der was davon versteht, der weiß, das kann man maximal zweimal im Jahr essen. Und alles andere ist eine unglaubliche Sauerei. Und natürlich will ich hier Bio-Gänseleber und nette Massentierer, also keine Unerrischung oder sowas. Aber, wissen Sie, ich bin, ich habe ein ganzes Buch geschrieben über die ethische Legitimität von Fisch- und Fleischkonsum. Und jeder, der darüber nachdenkt, der wird Veganer oder Vegetarier oder Jäger. Und meine Frau und ich sind Jäger geworden, weil wir nicht aufs Fleisch verzichten mögen, aber wir können auch nicht ethisch verantworten, Quälfleisch zu essen. Das möchte ich nicht. Das ist eine Sauerei und da möchte ich, also der Ausweg. Und das ist natürlich auch ein bisschen ein Taschenspieler-Trick, weil ich weiß schon, aber zumindest habe ich die moralische Schuld auf meiner Seele. Ich weiß, was es bedeutet, ein Tier zu töten. Ich möchte nämlich gar nicht töten. Mir macht es keine Freude. Das Beste, was ich von meiner Jägerei sagen kann, ist, dass ich es versuche, so verantwortungsvoll auszuüben, dass das Tier nicht mehr leidet, als es unbedingt leiden muss. Aber dass das etwas ist, was mit Schuld zu tun hat und mit Skrupel, das ist doch völlig außer Frage. Vielleicht werden uns zukünftige Generationen auch deshalb so verachten, wie wir Menschen verachten, die Sklaven gehalten haben. Vielleicht wird man über das eilen, sondern Sie werden nur denken, das waren doch Barbaren, die aßen Fleisch. Aber haben Sie diese Bratwurst gegessen? Warten Sie zu? Also, das ist halt das Dilemma. Leben ohne Schuld geht wahrscheinlich auch nicht. Aber das sind interessante Fragen. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Aber ich habe die Weisheit nicht mit Löffel gefressen. Ich versuche einen Weg für mich da zu finden, so dass es geht. Was ich wirklich, also das meiste, was Sie in Supermärkten finden, das esse ich nicht. Aber ich gebe das wirklich ganz unverhältnismäßig für die Lebensmittel aus. Dafür fahre ich an vielen anderen Dingen, die vielen Menschen wichtig sind. Also ich mache mir jetzt nicht so schrecklich viel aus. Autos zum Beispiel. Ich wohne zur Miete. Nicht Immobilien. Ich habe keine Kinder. Ja, das ist zum Beispiel mein Beitrag zum Wiener-Schutz. Nein, also das finde ich wirklich verblüffend. Was für eine heuchterische Diskussion wir in Deutschland haben. Verstehen Sie, der entscheidende Punkt, um Ihre CO2-Bilanz zu vermindern, ist nicht, wie viel Sie in der Gegend umreisen, gecheckt. So eine entscheidende Frage ist, wie viele Kinder haben Sie. Als ich geboren wurde, leben dreieinhalb Milliarden Menschen auf der Welt, haben Sie eben acht Milliarden Menschen auf der Welt. Das ist das Klimaproblem. Alles andere ist total Windkraft oder sonst was egal. Das ist der Schmerzpunkt. Und da verschließen wir halt die Augen. Das wollen wir nicht wahrhaben. Aber Essen, Essen wird immer politischer. Und zwar deswegen, weil wir die Debatte haben zwischen, also es gibt ja in Bayern im Moment Wahlkampf und da wird sehr stark das Thema Fleisch in den Mittelpunkt gerückt. Das habe ich gelesen und das ist eigentlich eine Sauerei. Eine echte Sauerei von Söder. Das muss man sagen. Nicht nur von ihm, sondern Aiwanger und andere, die sagen, man verbietet das. Das verbietet man ja überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass man darüber nachdenkt, so wie Sie es jetzt gezeigt haben. Aber wohlgenehmend, es heißt ja nur, dass man seinen Verstand, was das angeht, einen Upgrade verschafft. Und wie Sie sich da entscheiden, das muss jeder für sich selber machen. Aber ich habe sehr wohl durch einige Reden von Söder eben mitbekommen, dass der plötzlich sehr viele Witze über Vegetarier macht und eben da eine Art von Mehrheit versucht abzugreifen. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob er das Pferd nicht von hinten aufzweiget. Das kann auch nach hinten losgehen. Weil wer durch den deutschen Discounter-Schlemmer, dem fällt es ja wie Schuppen von den Augen, dass das eine das gelbe Format sein kann. Also es gibt einfach so viele Lebensmittel, oder was angeblich als Lebensmittel verkauft wird, was einfach dermaßen verarbeitet, vorverarbeitet ist, dass ich denke, also würde ich, vor allem nicht in den Essen, ich finde es ja auch eine unglaubliche Samurai, stellen Sie sich mal vor, am schlimmsten gekocht wird im deutschen Kindergarten, in Schulen, in Altenheimen und in Krankenhäusern. Das sind aber genau die Orte, wo eigentlich am besten gekocht werden müssen. Wenn man krank ist, wenn man eine beginnende Demenz hat oder so, unser Stammhirn ist dafür da, der älteste Sinn, den wir haben, ist der Geruchsel. Also, der funktioniert noch, wenn alle, wenn alle anderen Sinne signalisieren, Mathei am letzten, wir sind raus. Also eigentlich müssten in deutschen Altenheimen, müsste sich die Sterneköche mit Link in die Hand geben und sagen, hey, ich habe heute Estragon als Aroma des Tages. Stattdessen werden diese armen Menschen, die da liegen, gequält mit einer Fahrtdiät, die eigentlich Gefitnessstrafen nach sich zieht. Ich muss aber, also, das sollte man nicht mal drüber nachdenken, weil, verstehen Sie, alt werden wir alle, aber dieses Schicksal bleibt in allermeisten, wo man es nicht erspart. Ich möchte jedenfalls nicht so unbedingt behandelt haben, da müsste wirklich auch mal ein bisschen uns die politische Reformen haben. Im Idealfall, es tut sich ja was. Also, jeder, der ein bisschen von der Materie versteht, der weiß doch, dass Snowfood eine geniale Idee ist und dass regional Essen eine gute Idee ist und dass ich im Dezember unbedingt Erdbeeren brauche. Und natürlich, man sich auch mal überlegen muss, ist Avocado denn jetzt wirklich der heiße Scheiß? Also, diese Zusammenhänge kommen uns ja näher und das holt uns auch ein. Und dann weiß man dann bestimmte Sachen. Wie, was weiß ich, Hupfenspargel oder Bärlauch oder so etwas Neues zu schätzen. Altmeister. Giersch. Oder Giersch. Bitte schön. Ich habe noch ein bisschen gesagt, Giersch. Es gibt so beherrschende Sachen, die wir denken, das wäre ungeräusch, wie man wunderbar essen kann. Und ich, ganz kurz erwähnt, ich habe lange in Italien gelebt und ich sage es jetzt mal ganz unerlich, also so schlimm wie die Deutschen, die meisten Deutschen, die kochen, kocht keine Italienerin. Also, die sind da sonst sehr bedacht auf Ernährung und ein bisschen mehr. Also, ihr ist ja schon sehr traurig. Da gebe ich Ihnen recht, vor allem. Auch mit dem Geld zum Beispiel, wir können die mit Haferflocken jeden Morgen auch den Kindern ein wunderbares Essen machen, wo nichts nicht viel kostet. Warum macht man das denn? Das hat mit Geld wenig zu tun, das hat mehr mit Wissen zu tun. Und es gibt ja keine teurere Ernährung, als wenn Sie sich bei unseren Fastfood-Ketten versuchen zu ernähren. Das ist wirklich ein Traditionszusammenhang, der da abweist. Gutes Essen hat tatsächlich nicht viel mit Geld zu tun. Also, man kann auch mit kleiner Wiese köstliche Dinge zubereiten. Ich habe nicht nur eine Folie für dieses Portalgar, das übrigens eigentlich auch ein billiges Lebensmittel ist, weil a little goes a long way, sondern es gibt so Sachen wie zum Beispiel Puntarelle. Das ist eine Chicorée-Art, die in Italien sehr beliebt ist. Das wird, also das, viele haben das bei uns für unkraut, aber eine Pastel an eine Puntarelle oder ein Burrata an eine Puntarelle ist eine unglaubliche Köstlichkeit. Ich war mal in Rom auf einem Markt, wo seltsame Geräte fallen geboten wurden, das war los wie moderne Kunst. Und ich habe gesagt, was ist denn das? Und mir wurde die Antwort zuteil, das ist ein Puntarellenschneider. Aber ich sagte, Puntarellenschneider, zeigt mir doch mal das Gemüse, das man damit schneidet. Das sind die inneren Knollen, die man hauchdünn schneidet. Man kann das auch mit einem kleinen, scharfen Messerchen. Man legt die dann in Eiswasser und dann rinnen die sich so wie Locken. Und das ist so ein traditioneller röbischer Salat mit einem Dressing aus Olivenöl, Zitronensaft und wunderbaren Sardellen. Das ist genial, also das Frühlingsessen schlechthin sehr ärgerlich. Also Puntarelle ist wirklich ein billiger, aber ein großer Kost, muss man sagen. Sonst noch was? Zu dem Jäger-Dasein. Oh gut. Verarbeiten Sie dann das gebütete Tier selten? Also sind Sie auch ein Metzger? Nein, jeder Jäger ist auch Metzger. Wir müssen ja die Tiere ausleben. Also ich bin nicht Metzger, aber ich praktiziere Nose-to-Tail-Eating. Das heißt, ich verarbeite das Tier, wie ich es jage, komplett. Das heißt, ich mache zum Beispiel auch Bratwurst selber. Deshalb weiß ich, diese Bratwurst so sehr zu schätzen, weil die köstlich ist. Nun mache ich Bratwurst in der Regel vom Reh. Und ich bin Schwabe, ich mache da ja auch Rolltaschen. Das ist ganz gut. Ich mache auch ein Schlachthaus in der Wittwohnung verhause. Nein, nein. Zum Glück. Wissen Sie, als Literaturkritiker überhaupt in der Nähe von Köln jagen zu gehen, ist ein unglaubliches Privileg. Ich habe einen lieben Freund, der ein großer Waldbesitzer ist und der erlaubt mir bei sich zu lagen, um mein Bild in seiner Kühlkammer abhängen zu lassen. Und da muss dann so ein Reh oder ein Hirsch einige Tage abhängen. Und dann komme ich und schlage den aus der Decke und dann wird er verteilt und ein Lavander Stück um Stück in meine Tiefkühle drohen. Beziehungsweise, also es ist wie ein Märchen, ich finde ja, dass eine der größten Köstlichkeiten, die es gibt, eine frische Rehleber oder ein Hirschleber ist. Dafür behaupten wir in der Rhein, dass die Italiener sagen dazu, das Quinto Quarto, das fünfte Viertel, das waren die Teile, die die Armen früher bekamen. Inzwischen bekommen die Reichen. Deswegen versuchen Sie mal, in Deutschland eine Reh- oder Hirschleber frisch zu kaufen. Das ist nicht, hier in Frankreich ist es vielleicht eher möglich, also in Köln haben Sie da eine große Schwierigkeit, in Hamburg und Berlin sehr schwer. Jedenfalls, wenn Sie eine Hirsch- oder Rehleber 24 Stunden Milch liegen lassen und dann den Geschenken auf eine Grille werfen, aber Sie dürfen das eben nicht tot beraten, sondern wirklich nur sekundenweise, da ist es was Wunderbares, dasselbe Herz oder Linie. Ich, mein Großbruder, hatte ja auch in Österreich, ich mache natürlich auch sehr gern ein deutscher Formel. Das ist eine Geschichte, die man mögen kann. Ich finde es wunderbar, aber ich mache davon sehr kleine Portionen. Das andere, was ich auch mache, ich habe da erfreulicherweise so quasi eine Fortbildung im Spielweg gemacht, bei dem deutschen Milchpapst Karl Josef Fuchs, der hat mir gezeigt, wie man Blutwurst macht und ich benutze diese Blutwursten vom Hirsch oder Teile vom Lecker, also vom Zunge enthalten sind, die schneide ich hauchdünn und benutze die wie die Brüder Arzac aus Spanien, die haben das in den 80er, 90er Jahren populär gemacht, so im Grunde wie ein Gewürz für Jakobsmuscheln und Fisch, also so einen wunderbaren weißen Heidenburt mit einer millimeterdünnen Brust, mit einer Blutwurst vom Hirschweißhof rausgelegt. Das ist sensationell, wahre Motto, so. So, bitteschön. Ja, ich glaube ja, dafür unverständlich gut bezahlt. Das muss ich in diesem Falle, weil ich finde, es gehört, also, wissen Sie, das Ethos der deutschen Literaturkritik ist nicht sonderlich hoch zu veranschlagen, aber wenn ich in der Öffentlichkeit über die Qualität eines Buches spreche, dann muss ich es schon auch gelesen haben. Das ist für mich so ein Minimalkonsens. Und da ich als Kritiker ja relativ scharf, mitunter auch höhnisch, zynisch, polemisch über die Qualität von Büchern spreche, finde ich, gehört es zum Spiel, dass ich es dann wenigstens auch ganz gelesen habe. Und ich weiß, welcher Schmerz da mit unter Umständen verbunden ist. Aber ich habe ja die Möglichkeit, zurückzuschlagen. Nein, ich mache das auch deshalb, weil gerade diese Bücher, die mir wenige gefallen, zeigen sich ja dadurch, dass sie auch öfters und länger auf diesen Bestselleristen stehen. Und dann brauche ich ja auch neue Munition für die zweite oder dritte Besprechung. Also ich mache mir da Notizen und schreibe mir Zitate raus oder so spreche ich die an. Ja, das ist gerade das, was ich im Hotelzimmer hier getan habe. Schreiben Sie auch für Ihren Feinschmecker und Gambrorosso vielleicht? Für den Feinschmecker schreibe ich gelegentlich, habe ich früher mehr geschrieben, aber diese Zeitschriften zeichnen sich ja alle leider dadurch aus, dass sie sinkende Auflagen haben innerhalb von verlierenden Verlagshäusern stattfinden. Deshalb sind da die Spesenkonten nicht mehr so üblich wie früher. Das ist das Schicksal meines Lebens. Überall, wo ich hinkomme, heißt es, ja, werden Sie zwei Jahrzehnte vorher gekommen. Damals haben wir auf fliegenden Täppichen die Welt umkreist und von goldenen Schüsseln gegessen. Heute hingegen können wir nur noch Touristenwasser mit, ja, und so weiter. Ja, das taturiert mich jetzt nicht sonderlich. Es hat für mich noch einigermaßen gereicht. Aber ich schreibe das, ich mache das gelegentlich, aber ich mache das als Musik zugeben, als Hobby. Ich mache das mehr und mehr als 80%, 90% älter Literaturkritik und das ist so ein bisschen ein Spielbein. Aber es macht mir Spaß. Wie weit ist Ihre Zeit in Amerika mit dem Essen? Hat es da funktioniert, das klinarisch nicht da zu bewilligen? Also, wenn ich ehrlich bin, ich kam Anfang der 90er Jahre, lernte ich im Goethe-Institut New York einen Deutschen kennen, der Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre nach Amerika emigrierte. emigrierte leider, der wanderte aus, das war kein Exil. Und der machte dort eine große akademische Karriere und der hatte zum Schluss einen Lehrstuhl in Texas, in Dallas ausgerechnet. und der bot mir an, zu ihm an seinen Lehrstuhl zu kommen, dort zu unterrichten und gleichzeitig meinen Master of Arts bei ihm zu machen. und zwar normalerweise dauert das vier Jahre und er sagte, ich bring dich in zwei Jahren durch dieses Programm. und wenn ich mich da einigermaßen angestellt habe, habe ich es sogar geschafft, in einem Jahr und drei Monaten. Und ich war auf das Schlimmste gefasst, aber Ofen gestanden, der Mann war ein so versoffenes Loch, dass er mir alles über amerikanischen Wein in einem Gräschkuss beitrachte, ja über südamerikanischen Wein auch. Ich glaube, ich habe mein ganzes Leben nie besser getrunken und gegessen als in diesen einigen Jahren, drei Monaten. Man macht sich völlig falsche Vorstellung. Wie sehen Sie, Philip Roth schreibt in einem seiner besten Romane am Anfang Alles, was ich liebte, war da, mit Blick auf die USA. Und in der Mitte des Buches heißt es Alles, was ich hasste, war da. Das heißt, Sie können niederschmettern. Kolinarische Erfahrungen in den USA, in Texas machen. Aber die Erfahrungen, die ich da machen durfte, waren brillant. Es gibt nichts Schöneres als die Begegnung der mexikanischen mit der texanischen Küche. Das kann unerträgliches, Guacamole, die Lüge, Schokolade, Chips und so weiter sein, aber es kann eben auch ein wahnsinnig faszinierendes Kaktusrelisch, eine Molesch-Soße sein. Ich habe nie einen so verschwenderischen Umgang mit Sifu erlebt, mit Austern, wie in den amerikanischen Südstaaten. Noch heute träume ich davon, wissen Sie, was ein Po-Boy ist? Ein Po-Boy ist ein französisches Baguette, wie man es in New Orleans eben auch kennt, aber wie ein amerikanisches Sandwich belegt. Und das Sandwich meiner Träume ist, also ein Po-Boy ist ein solches knuspriges Baguette, belegt mit frittierten Austern und einer Soße Tartar oder sowas. Das kann schon sehr, sehr gut schmecken, also muss ich sagen. Also jedenfalls, ich liebe Crawfish, ich liebe diese amerikanische Sifu-Tradition und die können Sie da auch abholen. Aber es gibt da nicht das dümmste Essen der Welt da, mit den Chicken Wings. Aber auch Chicken Wings können, wenn es Produkte nicht stimmt, das kann man schon auch gut machen. So, jetzt wissen Sie alles. Dann sage ich, Ute, herrlich, vielen, vielen Dank für die Einladung an den wunderbaren Podcast, um eine Lesung zu machen, die ich im ganzen Jahr kenne. Das ist wirklich ein Highlight, hier auftreten zu dürfen. Danke Ihnen für Ihr Interesse und schönen guten Abend. Gehalten Sie gerne noch unsere Gäste, der Dennis ist noch eine Zeit lang da, wird oben in der Ausstellung auch Ihre Bücher signieren und auch Bratwurst, den gibt es noch, es gibt noch was zu essen, es gibt noch was zu trinken, bleiben Sie da, schauen Sie auch für die Ausstellung. Mold ist auch noch mal Tag der offenen Tür. Wenn Sie also jemanden kennen, den Sie herschicken wollen oder selber noch mal kommen möchten, sind Sie herzlich eingeladen zwischen 10 und 17 Uhr. Ganz lieben Dank, Dennis, das Kommen zum dritten Mal und ganz lieben Dank an Sie, dass Sie da waren und diesen wunderschönen Abend ermöglicht haben. Einen schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank.